Von selben Rates, ne? Gott, das wird ne Menge Parts machen Einer ist hier aber noch, ich kann ihn haben Hast du Kontext auf? Ja, ich hab meinen Scheiß genommen Ah, nice Ich fass es nicht, dass ich im Sam Raid bin, Mann Ist so geil, Alter Ja, ich hatte echt Glück diesmal, Mann Ein Glück hast du nicht auf mich gewartet, ey Ja, ich seh deine Leiche Ich bin bei deiner Leiche, Mann Wenn du so etwas wegwerfen kannst oder so Aber mach erstmal, kümmere dich erstmal um den Spieler Will immer noch weiter sehen später Was soll ich mit deinem Zeug eigentlich machen, Mann? Hä? Ich ditch deinen Scheiß schnell Deine AK, die Kieraza Und dein Helm dipts ich jetzt schnell Das wär super, ja Der Witz ist, ich glaub ich kann gleich hinter dem Ding dann extracten Und willst du versuchen den Scarf-Boss zu quillen? Mhm Aber ich muss kurz warten Die Scheißschüssel bei mir Ich mach mir um den anderen Spieler Sorgen, Mann Ja, nimm dir Zeit, alles gut Ja, nimm dir Zeit, alles gut Ich ditch jetzt schnell deinen Scheiß Oh mein Gott Oh mein Gott Ich bin tot Ich hab ihn in den Hinterkopf geschossen Und er ist nicht daran gestorben Willst du mich verarschen? Das glaub ich jetzt nicht Sag mal, wie viel Pech kann ein Mensch eigentlich haben? Billa oder Boss? Nein, nein, Bodyguard hat mich umgebracht Ah, okay Boah, das glaub ich jetzt nicht Hey, das ist Epic Pech, Mann